Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe von Jörns Swedish Racing. Ich mache euch die Sonnenbrille ab, damit ihr mich auch alle seht. Hier exklusiv auf www.trotto.de und www.hofworld.de. Ja, ich stehe hier in Axel Waller auf der Rennbahn. Ein kurzer Blick mal hier auf Axel Waller auf die Rennbahn mit dem weitesten Einlauf, den es in Schweden gibt. 229 Meter. Heute wird das Doh-Championat entschieden. Hier sehen wir es also, Axel Waller, die Rennbahn bei wunderschlimmsten Sonnenlicht hier in der Nähe von Skara im wunderschönen Mittelschweden. Doch wir wollen uns heute mit der nächsten V75 beschäftigen, denn die nächste V75 geht eigentlich bereits schon los am kommenden Dienstag. Nämlich am Dienstag heißt es Jägersrug Hugo Orbergs Memorial 2021. Ein nächstes absolutes Highlight, ein Gruppe 1 Rennen über 1.609 Meter mit allen Topstars, die wir zurzeit uns wünschen können am Ablauf. Und natürlich gibt es eine V75, die natürlich hier exklusiv auf www.trotto.de und www.hofworld.de in einer Tippgemeinschaft wieder bewerten können. Seid also dabei beim Jörns Swedish Racing World Tippgemeinschaftssystem, wenn es wieder heißt, wir gehen auf die Reise. Wir gehen zur V75 nach Malmö, nach Jägersroh. Also da freue ich mich drauf, ihr seid dabei. Start ist um 19.20 Uhr, der hat mit dem ersten Rennen, das ist der Pri Orjeng, 1.640 Meter Autostart. Und hier erwarte ich in diesem Rennen einen dänischen Sieger. Wir haben die Programm Nr. 2, Billy Time mit Fleming Jensen am Ablauf. Zuletzt drittplatziert in Orbi, davor war er in Odense sogar siegreich. Der letzte Start war zwar in Odense eine Diskifikation, aber ich glaube, dieser Billy Time mit Fleming Jensen hat hier absolute beste Chancen, dieses Rennen zu gewinnen. Die Nr. 7, Staro Obrigado, ist der zweite dänische Gast hier mit Stenjul. Kommt mit zwei Siegen aus Mantorp und aus Sovala hier an den Ablauf. Und ich glaube, dass Billy Time hier mit Staro Obrigado, der Programm Nr. 7, zu kämpfen haben wird. Und dass die beiden Dänen diesen Sieg unter sich ausmachen werden. Lachender Dritter könnte die 5, Juniko Brolein mit Erik Alizon sein. Juniko Brolein kommt mit tollen Platzplatzierungen aus Orbi und aus Sovala an den Ablauf. Jetzt sitzt Erik Alizon im Sulki, das ist auch noch mal eine Aufwertung dieser Formen. Und deswegen glaube ich, dass hier die Programm Nr. 5, Juniko Brolein, Lachender Dritter sein könnte. Für mich aber im ersten Rennen die 2, Billy Time mit Fleming Jensen oder die 7, Staro Obrigado mit Stenjul, sollten den Sieg hier unter sich ausmachen. V75 2 ist der Primickely über 2041 Meter Autostart. Und dieses Rennen ist ein sehr, sehr offenes Rennen. Da muss man sich, glaube ich, breit aufstellen in der V75, wenn man hier treffen möchte. Natürlich muss die 1, Giordano Soa mit Björn Goop natürlich mit. Zunächst gab es zwei Siege in Sovala und in Axelvala. Tolle Leistungen. Björn Goop, der schwedische Champion oder schwedische Allzeitchampion, wenn man so möchte, muss auf jeden Fall hier natürlich mit der Programm Nr. 1 auf den Schein. Interessant ist die Nr. 6, John King Bocco mit Jab van Rijn. John King Bocco war zwar zuerst in Berlin Mariendorf disqualifiziert. Davor gab es aber einen 2. Platz in Wolvega und einen 4. Platz in Gelsenkirchen und dann auch einen Sieg in Gelsenkirchen. Also John King Bocco mit Jab van Rijn auf jeden Fall mal mitnehmen. Mein Mumpferd in diesem Rennen ist trotz Startplatz 8 die Nr. 8 Indigo mit Rick Ebbinge. Indigo kommt mit tollen Siegen aus Wolvega. Ja, den Ablauf war dreimal erfolgreich in Wolvega. Und sollte hier das zu schlagende Pferd sein, die 8 Indigo, mein persönliches Mumpferd. Interessant ist noch die 9, Icarus di Quadro mit Hans Krebers. Der Icarus di Quadro war zuletzt in Omo siegreich, auch sehr überlegen siegreich. Davor gab es allerdings mehrere Diskratifikationen, das wäre jetzt also sehr, sehr unsicher. Hans Krebers fährt aber in toller Form. Wir nennen uns an den tollen Sieg vom Samstag hier in Axelwaller, wo er die Haushochfavoritin Nümke Brigadon mit Björn Guth besiegt hat. Also Hans Krebers, die Nr. 9, Icarus di Quadro sollte man hier mal auf jeden Fall mitnehmen. Die Elf, Ibn Steven mit Fleming Jensen, kommt mit einem Sieg aus Jägersroth. Zuletzt ein Ablauf, hat hier durchaus auch Chance. Der dänische Iceman, Fleming Jensen, kann hier durchaus ebenfalls mit der Elf, Ibn Steven gewinnen. Und die 12, Suarez, mit Örjan Schildström, sehr, sehr wechselhaft agierend. Jetzt sitzt der schwedische Iceman, also in Sulki, nämlich Örjan Schildström. Und deswegen denke ich, dass man hier Suarez zumindest beachten soll, die Programm Nr. 12. V75-2, der Primikeli, sehr offenes Rennen für mich. Hier die Nr. 1 Giordano Soa und die 6 John King Boko müssen mit. Mein Mumpfwert ist die 8 Indigo mit Rick Ebbinge. Die 9 Icarus di Quadro, die 11 Even Steven und die 12 Suarez müssen aber auf jeden Fall mit. Das dritte Rennen ist über 1.046 Meter Autostart, das nächste Rennen. Und da haben wir natürlich den haushohen Favoriten, nämlich Nr. 2 Ben-Gurion Jet mit Alessandro Gocciadoro. Alessandro Gocciadoro hat mit Ben-Gurion Jet in Charlottenlund im Mai im Rahmen des Kopenhagen Cups gewonnen. War danach noch zweimal in Italien siegreich, also wer soll den hier schlagen? Für mich ein ganz klarer heißer Bankkandidat, wenn er glatt und in den Kurs kommt. Programm Nr. 2 Ben-Gurion Jet. Erster Herausforderer ist die Programm Nr. 9 Balboas Lux mit Christopher Eriksson. Er war zuletzt in Kalmar disqualifiziert, davor war er aber viermal siegreich in Jägersroh, in Suvala, in Orbi. Also erster Herausforderer, trotz Startpunkt Nr. 9, ist hier für mich Nr. 9 Balboas Lux mit Christopher Eriksson. Interessant ist noch die Programm Nr. 10, King Shermer mit Michel Rotengatter. King Shermer war nämlich in Anguère, in Paris Anguère, zuletzt drittplatziert. Davor gab es einen zweiten Platz in Mantrop und ein Sieg in Wolbega. Also wenn hier jemand überraschen kann, dann ist das King Shermer mit der Programm Nr. 10 und Michel Rotengatter. Im dritten V75-Rennen werden die Parade gehen. Axel Böller bereits schon losgeht zum ersten Rennen. Da sehen wir Björn Guth gerade. Wollen wir natürlich hier im dritten Rennen V75-3 in Jägersroh am Dienstag. Die 2 Ben-Gurion Jet, der absolute Haus- und Favorit, vielleicht sogar Bankkandidat. Die 9 Balboas Lux und die 10 King Shermer nicht vergessen. Das vierte Rennen, das ist das Breeders Course Finale. Der Breeders Course Finale über 1.640 Meter, der Prix Groen Kronos. Wir nennen uns alle noch an Groen Kronos. Ein tolles Pferd aus dem Stall von Ludwig Colgini. Bereits vierjährig. Amelie Loppet teilgenommen und wirklich tolle Leistungen gezeigt. Dieses Breeders Course Finale entstammt aus mehreren Vorläufen, die unter anderem auch in Berlin-Mariendorf, in Povolviga, in Italien, in Jägersroh gelaufen worden sind. Hier sind einige aus den Vorläufen am Ablaufen. Leider nicht Cindy Truppo, die nämlich den Vorlauf in Berlin-Mariendorf gewonnen hat. Unsere deutsche Studie Cindy Truppo. Unsere italienische Studie im deutschen Besitz, so müssen wir es ja sagen. Cindy Truppo ist nicht dabei, weil sie keine Nennung für den Breeders Course hatte. Und sie konnte im Vorlauf aber trotzdem mitlaufen, das macht die ganze Sache so ein bisschen naja. Dabei ist aber die Zweitplatzierte aus dem Vorlauf, nämlich Lucky Steel mit Dion Tesla. Er war Zweiter zu Cindy Truppo im Vorlauf und hat hier mit Stand Nr. 1 eine gute Nummer gezogen. Also ich habe durchaus hier Mumm auf die Nr. 1, Lucky Steel mit Dion Tesla. Hauser Favoriten durch die 2, Coli Brigette mit Alessandro Gocciadoro. Coli Brigette hat in Jägersroh den Vorlauf überlegen am Anier gewonnen. Davor gab es auch mehrere Siege in Italien über die Meile. Also ich sehe hier eigentlich die Nr. 2 als herausragendes Pferd an. Die 2, Coli Brigette mit Alessandro Gocciadoro, sollte hier das zu schlagende Pferd sein. Interessant ist die Nr. 3, A Perfect Face mit Adrian Colgini. Er hat in Orbi den Vorlauf gewonnen. Davor war er noch sehr wechselhaft agierend unterwegs. Und deswegen muss man gucken, ob hier A Perfect Face mit Adrian Colgini durchaus eine Chance hat. Mitnehmen sollte man ihn mal. Interessant ist natürlich Nr. 9 Love U2. Unsere deutsche Hoffnung Love U2 mit Robin Backer im Sulki. Sie war Dritte in Berlin-Mariendorf im Vorlauf. Wir haben uns natürlich über alle noch einen tollen Sieg in Solvala im Rahmen des Elite-Lopenson-Tages, wo sie als 800 zu 10 Außenseiterin gewonnen hat. Und das ist natürlich hier eine Marke, die man nicht vergessen sollte. Robin Backer, Startplatz 9. Das kann gehen. Also Love U2, die Programm Nr. 9, muss hier mit auf den Schein. Und die Nr. 10, Cashmaker mit Adrian Schildström. Hat gute Platzierungen. Bis dann erreicht er allerdings noch keinen Sieg eingefahren. Sollte man auf jeden Fall aber auch in diesem Rennen mit beachten. Vom 75-4, Breeders Course-Finale, 1.640 Meter Autostart. Die 1, Lucky Steel. Die 2, Colibri Jet als der Haushofer-Favorit. Die 3, A Perfect Face. Die 9, Love U2. Und die 10, Cool Cashmaker. Nicht Coolmaker, sondern Cashmaker. Das 5. V75-Rennen geht ebenfalls wieder über 2.140 Meter Autostart. Und hier haben wir auch wieder noch mal ein sehr, sehr offenes Rennen. Da wollen wir noch mal einige Pferde uns auf jeden Fall mal angucken möchten. Unter einmal die 2. Das ist Iron Reborn mit Rick Emminge. Iron Reborn war in Wolvega mehrfach siegreich. Davor aber auch mehrfach disqualifiziert. Also sehr wechselhaft. Rick Emminge, wir haben es am Samstag hier in Axtweiler gesehen. Pferd in bestechender Form. Sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Die 3, Zafiro Jet mit Niklas Krofitzen. Kommt mit guten Platzierungen aus Dänemark in Ablauf. Hat in Orbi zuletzt auch im Mai gewonnen. Also den kann man mal mitnehmen. Zafiro Jet. Niklas Krofitzen fährt toll Rennen. Gerade auch im Süden Schwedens. Den würde ich mal nicht auslassen. Die Nummer 3, Zafiro Jet. Die 4, Oskar L.A. aus dem gespielt Lastbeck. Unser Sieger des großen Preis von Deutschland. Diesmal mit Joachim Löwgren. Als Trainer immer noch. Er ist ja noch gesperrt. Öljan Schießt rum im Sulki. Was natürlich nochmal eine Aufwertung ist. Zuletzt war man Vierter in Kalmar. Davor hat man zweimal in Jägersrolle in Kalmar gewonnen. Und wir erinnern uns natürlich alle noch an den Sieg vom großen Preis von Deutschland. Und da hat Oskar L.A. gewonnen. Und das ist natürlich auf jeden Fall eine Mark, die man auf jeden Fall nicht vergessen sollte. Deswegen die Vier muss mit. Die 6, Rackham. Christopher Eriksson ist hier wieder in den Prozenten einer der Favoriten. Das muss ich sagen, sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Rackham war in Halmstad drin platziert. Davor gab es Siege in Jägersfow. Davor war er wieder diskreifizient zur Waller. Also er agiert sehr, sehr wechselhaft. Und dieser Rackham ist mir persönlich zu unsicher. Natürlich ist es ein tolles Pferd. Er kann toll laufen. Aber ob Rackham hier gewinnt? Weiß ich nicht. Habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Die 7, Taxi-Out mit Jürgen Sünneson. Zuletzt war man drittplatte in Orjeng mit Örjan Schiedström. Da ist man ein bisschen am Rennverlauf gescheitert. Dort hatte man in Orjeng doch sich ein bisschen mehr erhofft. Örjan hatte ihn relativ früh rausgenommen. Und da war Taxi-Out dann auf sich allein gestellt. Ich glaube, jetzt mit Jürgen Sünneson, der Taxi-Out sehr, sehr gut kennt, kann hier in dieser Gesellschaft durchaus wieder was gehen. Interessant ist noch die 8. Sanz für Enzo. Trotz Startplatz 8 mit Konrad Nugauer. Der Sieg in Faesla und Jägersruhe, die letzten Siege, waren sehr, sehr überlegen. Und ich glaube, dass hier Konrad Nugauer mit Sanz für Enzo auf jeden Fall beachtet werden muss. Und die Nummer 9 Emoji mit Fleming Jensen. Emoji gehört zum erweiterten Favoritenkreis des Derbys, des dänischen Derbys. Und war zwar in Heimstadt vor einigen Wochen zum Rahmen des Printermesterinnen leider weg. Davor gab es aber zweite und erste Plätze in Dänemark. Deswegen Emoji mit Fleming Jensen. Muss hier mit auf den Schein. V75-5. Wir nehmen mit die 2 Iron We Want, die 3 Tafiro Jet, die 4 Oscar LA, die 6 Radcam, für mich mit einem Fragezeichen, die 7 Taxi-Out, die 8 Sanz für Enzo und die 9 Emoji. So, jetzt geht gleich das erste Rennen hier in Achse Waller los. Ich mache trotzdem ganz schnell auch weiter. Es geht nicht weiter mit dem sechsten Rennen der V75 am Dienstag. Nämlich dem Hugo, Orbergs Memorial 2021. Und hier ist der Hausauf-Favorit, Veri Kronos, die Programm Nummer 2 mit Erik Aditson. Für mich nicht. Das sage ich ganz deutlich. Wir müssen über die Qualität von Veri Kronos nicht sprechen. Das ist ein tolles Pferd. Er hat aber auch schon sehr, sehr viel Geld durch Fehler versprungen. Gerade in seinen jungen Jahren. Er war zuletzt weiter in Boden im Norbert & Storapries. Hat dort wirklich eine tolle Leistung abgeliefert. Er war aber zuletzt in Zorvala nur 6 platziert über die Meile. Und davor in Örebro über die Meile auch disqualifiziert. Und deswegen, Veri Kronos ist kein Meilenpferd. Hinzu kommt, dass er ein sehr schlechter Beginner ist vom Programm Nummer 2. Er kann also den Vorteil des zweiten Startplatzes nicht ausnutzen. Und deswegen ist er für mich, Veri Kronos, kein Sieger. Das gleiche gilt für die 1, Hus Hu. Hus Hu hat zwar den Norbert & Storapries in überlegener Manier gewonnen. Hat ihn dann auch Veri Kronos sicher abgefangen. Auch interessant auch gewesen ist, dass er auch im Harpers Hannover Lob zweiter zu White Love gewesen ist. Aber auch Hus Hu ist ein sehr, sehr schwacher Beginner. Örjan wird ihn vielleicht in einer guten Lage ausstatten können, ob es dann gehen kann. Er ist auch kein Meilenspezialist. Da habe ich auch, ehrlich gesagt, Bauchschmerzen. Mein persönlicher Sieger im Hugo Orbex im Neue ist die Nummer 4 Upstate Face mit Adrian Kolgini. Upstate Face hat wirklich in den letzten drei Rennen eine tolle Leistung. Sein Orting war ja zweitplatziert zur Rotate. Da hat er wirklich Pech gehabt und war wirklich so ein bisschen außen herum. Hat er wirklich gefeitet wie ein Löwe. Davor gab es Siege in Östersund und in Boden. Besonders der Sieg in Boden war mehr als beeindruckend. Also für mich hier eindeutig die 4 Upstate Face der Sieger des Hugo Orbex im Neue 2021. Kalle Crown, die 5, ist so ein bisschen das Dark Horse in diesem Rennen. Kalle Crown ist, wie gesagt, kommt aus Frankreich mit durchwachsenen Formen aus Frankreich. Er hat zwar am 9.5. in Barcelona gewonnen, ist aber auch nicht so der Meilenspezialist. Thomas Malenquist wird aber dieses, wird aber Kalle Crown nicht aus Frankreich zurück nach Schweden holen, wenn er sich nicht was erhofft und deswegen denke ich, dass auf jeden Fall hier Kalle Crown mit beachtet werden muss. Er hat Jodie Takta im Sulky, das ist auf jeden Fall auch noch eine ganz, ganz wichtige Personalie, die man beachten muss. Und deswegen Kalle Crown die Nummer 5 mitnehmen. Das gleiche gilt für die 6, Gerrit Boccu aus dem Stall von Gerry Orden mit Magnus Tuss im Sulky. Gerrit Boccu war 3. im Elitloppet-Vorlauf, 3. im Elitloppet-Endlauf. Zuletzt 3. in Jarlsberg, also vielleicht kann da mal was gehen. Und deswegen denke ich, dass die Nummer 6 Gerrit Boccu hier mitgenommen werden muss. Und die 7, Al-Rajavon mit Alessandro Gocciadojo, das ist natürlich der absolute Meilenspezialist. Al-Rajavon war zuletzt 3. in Rom, davor aber 2-mal siegreich in Neapel über die Meile. Und deswegen glaube ich, dass hier Al-Rajavon mit Alessandro Gocciadojo durchaus trotz Startplatz 7, weil er ist ein sehr, sehr schneller Beginner, hier einiges reißen kann. Also, wir gucken uns mal ganz kurz den Einlauf an, hier in Axel Waller mal live eben gucken, das erste Rennen. Die Nummer 8 hat gewonnen, Markus B. Switberg, hat das erste Rennen hier gewonnen am Sonntag. So, und wir waren bei der 7, Al-Rajavon, V75, 6, Hugo Obexemoria, wie gesagt, schneller Beginner, mein Spezialist für mich hier durchaus chancenreich. Hugo Obexemoria, für mich gewinnt die 4 Upstate Phase mit Ariane Colgini. Die 1 und die 2, Huesu und Verriconos, haben für mich keine Chance aufgrund der Distanz und des Startplatzes, das sage ich ganz ehrlich. Die 5, Kelly Crown, kann gewinnen. Die 6, Gerrit Boccu, bei optimalem Rennverlauf ebenfalls. Und die 7, Al-Rajavon, mit Alessandro Gocciado. Und wir kommen zum letzten Rennen der V75. V75,7, das ist der treibende Malmö-Stadtpreis. Und dieser Malmö-Stadtpreis, über 3.140 Meter Bänderstart. Ich glaube, dass man hier mit 3 Pferden auskommen müsste, oder vielleicht mit 3 oder 4 Pferde auskommen müsste in diesem Rennen. Für mich ganz heißer Kandidat auf den Sieg ist die Nummer 7, Hurricane Silas, mit Jan Schiedström. Hurricane Silas aus dem Stall von Frederic Persson, ist ein absoluter Distanzspezialist. Er war zuletzt zweiter in Kalmar über 3.061 Meter, davor mehrfach super platziert über die lange Distanz. Also für mich, Hurricane Silas hier das zu schlagende Pferd, die Programm Nummer 7. Interessante Nummer 3, M.T. Oskar mit Ken Ecke. M.T. Oskar war in Halmstadt zuletzt einer ähnlichen Aufgabe diskreifiziert. Er ist am Start bereits aufgefahren. Davor gab es mehrere Siege, auch über die lange Distanz. Also M.T. Oskar steht auch im ersten Band, hat also auch den Bandvorteil mit Ken Ecke. Die Nummer 3 sollte man auf jeden Fall auch mit beachten. Die Nummer 5, Dortmund mit Fleming Jensen. Dortmund galt in seinem Jahrgang als Derby-Favorit. Hat es dann nicht ganz geklappt mit dem Derbysieg. Er siegte über 3.200 Meter zuletzt in New Schöbingen. Er kann auch diese lange Distanz. Also deswegen Dortmund, die Programm Nummer 5, muss man hier ebenfalls mitnehmen. Und die Nummer 8 für mich, das Dark Horse. Das ist Ferrari Sisu mit Marc Elias aus dem Stall von Konrad Dugauer. Ferrari Sisu war zuletzt Vierter in Anguin, über 2.800 Meter. Davor in Kalmar siegreich über 3.200 Meter. Also er kann die Distanz. Marc Elias kennt Ferrari Sisu. Er war mit ihm auch schon sehr, sehr erfolgreich in jungen Jahren. Also in jungen Jahren des Pferdes. Marc Elias ist ja auch noch nicht so alt. Aber Ferrari Sisu, die 8 muss man hier auf jeden Fall mitnehmen. Die 12 White Love, für mich hier keine Siegerin. Die letzten Leistungen waren doch zu enttäuschen. Deswegen glaube ich nicht, dass White Love hier eine Chance haben wird, zu gewinnen. Für mich in meinem Stadtpreis die 7 Hurricane Silas, die 3 MT Oskar, die 5 Dortmund und die 8 Ferrari Sisu. Ihr seht, es ist wieder eine spannende V75 Runde am kommenden Dienstag. Wir werden uns natürlich hier exklusiv auf www.trotte.de und www.hufworld.de aus Jägersroh melden. Und ich hoffe, dass ihr natürlich dabei sein werdet. Und natürlich auch in unserer Jörns Swedish Racing World Tipp-Gemeinschaft dabei seid. Wenn es wieder heißt, V75 aus Jägersroh, Hugo Obex Memorial 2021. Seid dabei, denkt dran, abonnieren, liken, wiederkehren. Ich freue mich auf euch und wünsche euch einen schönen Sonntag. Lieben Grüßen aus Axel Waller und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt dran. Bis dann.